Hi, ich bin Stefan und wir suchen heute einmal nach der besten Aktie aus den USA, weil wir haben gerade USA-Woche. In der letzten Woche haben wir uns die großen Tech-Werte angeschaut und jetzt in dieser Woche wollen wir uns so die spannendsten Kandidaten meiner Meinung nach aus dem US-Bereich anschauen. Aber starten tun wir die Woche halt wirklich mit der besten Aktie aus den USA. Und das wollen wir jetzt auf folgende Art und Weise machen. Also, die Grundidee bei mir ist ja immer, dass wir hier unten in diese Tiefpunkte einsteigen. Du siehst, der Chart sieht gerade anders aus als sonst und das liegt daran, dass ich das heute so machen möchte, wie jemand, der ohne jegliche Voraussetzungen bei mir in die Betreuung kommt. Das heißt, ich zeige dir jetzt einfach, wie du so wirklich die beste US-Aktie einfach mit unseren Tools aussuchen kannst. So, also, Ziel sollte klar sein. Wir versuchen Tiefpunkte von Aktien zu bestimmen und zwar diese hier. So, und die müssen wir uns jetzt irgendwie heraussuchen. Und wir machen das jetzt wie folgt. Wir wollen ja die beste Aktie aus den USA haben. Deswegen zeige ich dir jetzt mal zwei Wege, wie wir vorgehen können. Wir haben ganz viele verschiedene Channels bei uns im internen Bereich. Du siehst das hier. Wir haben hier die besten Einstiegssignale aus den USA. Wir haben die besten Wachstumsaktien. Wir haben die besten Dividendenaktien. Wir haben Qualitätsaktien. Wir haben Einstiege aus Deutschland. Wir haben technische Signale und wir haben unseren Morgenreport. Und du hast jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, wie du vorgehen kannst. Also, in unserem Morgenreport haben wir ja immer so die günstigsten Aktien aufgesplittet nach den unterschiedlichsten Kriterien. Also, wir haben ja zum Beispiel eine Seite nur mit Versorgern, eine mit Öl und Gas, eine nur mit den ganzen Sektoren in der Übersicht. Und dort gibt es jetzt halt auch unter anderem eine Liste, die bezogen ist auf die Länder. Und zwar gibt es einmal Länder 1 und Länder 2. Und die USA, die ist bei den Ländern 1 dabei. So, und hier siehst du jetzt einfach die Übersicht bei uns aus diesem internen Bereich zu den günstigsten Aktien aus den unterschiedlichen Ländern. Und da haben wir halt unter anderem die Deutschland. Und hier ist jetzt halt die Liste mit den Aktien aus den USA direkt mit Nano und Isen, sodass man sie sich natürlich möglichst leicht raussuchen kann. So, und das Einfachste, was man jetzt machen könnte, wäre, dass wir einfach die Liste von oben nach unten durchgehen. Dann würden wir uns die aussichtsreichsten Kandidaten sortiert nach Marktkapitalisierung angucken. Du siehst schon, das sind aber so Klassikeraktien, da hat wahrscheinlich momentan mehr oder weniger jeder auf dem Schirm. Und deswegen zeige ich dir noch eine zweite Variante, weil der Nachteil ist so ein bisschen, wenn du das so machst, dann ist der Zeitpunkt nicht so ganz perfekt. Zweite Möglichkeit, die du natürlich hast, ist, du schaust mal in unsere technischen Signale rein. Dazu siehst du jetzt hier die Übersicht der technischen Signale, also das ist die Auswertung einer Stunde vom Gesamtaktienmarkt. Ja, hier oben siehst du immer die Uhrzeit. Also das war jetzt gestern nach Schluss des Marktes, also es ist gerade Samstagmorgen, dass ich das Video aufnehme. Und das ist jetzt halt vom Freitag, den 24. Mai, 22.35 Uhr. Also das war jetzt nach Marktschluss, das ist immer so das letzte Mal, dass ich noch einmal den Markt analysieren lasse. Und ja, das sind jetzt unterschiedliche Signale und so, was genau das ist, ist jetzt eigentlich auch völlig egal. Und da haben wir jetzt halt die Möglichkeit, uns Aktien rauszusuchen. Du siehst schon, das ist jetzt nicht richtig auf Länder ausgelegt, weil das Land ist mir persönlich meistens eigentlich egal, sondern das ist so ein bisschen auf Branchen ausgelegt. Das heißt, du siehst halt den Namen und die Branche, weil die Branchen sind häufig der Bereich, der für uns besonders interessant ist. Weil wenn wir versuchen, so einen Tiefpunkt abzupassen, ist es manchmal so, dass ich schon weiß, so eine ganze Branche ist geradezu günstig. Und dann will ich sehen, wenn so eine ganze Branche gleichzeitig dreht. Deswegen habe ich hier in der Auswertung stehen, welche Branche das jetzt quasi ist. So, und jetzt gucken wir einfach mal, jetzt hier zum Beispiel am Ende des Tages, hier sind übrigens die Hobbysignale, Hobbysignale, das sind auch die, die wir an euch rausschicken, da ist zum Beispiel VF Corporation dabei. Das Corp, das weist für mich darauf hin, dass das eine US-Aktie ist. Ich meine, VF Corporation, die kenne ich jetzt schon, aber vom Prinzip her ist das auf jeden Fall halt auch eine US-Aktie. So, das heißt, das ist jetzt eine Aktie, die gerade interessant ist. So, ich habe jetzt einfach mal so ein Basic-Account eröffnet bei Stock3. Also das ist wirklich so ein kostenloser Account. Die Version, die ich habe, die kostet ja eigentlich 40 Euro im Monat. Und was ich jetzt hier gemacht habe, ist, ich bin jetzt einfach mal in diese Basis-Version reingegangen. Und dort will ich jetzt mit dir versuchen herauszufinden, was ist die günstigste Aktie, einfach nur mit den Tools, die sowieso da frei zur Verfügung stehen. So, wir brauchen jetzt zwei Dinge dafür. Wir brauchen einmal eine Watchlist, um da Aktien reinzupacken, die interessant sein können. Und dann brauchen wir irgendwie Tools, um das analysieren zu können. So, und die Watchlist, die kriegen wir jetzt hier. Hier gibt es nämlich einfach eine voreingestellt, die heißt Meine Watchlist. In der Basis-Version hat man nur eine, aber das ist jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. So, das heißt, das war jetzt so das Erste, was ich machen wollte. Ich brauche hier so eine Watchlist. Und jetzt ist das Spannende, bei Stock3 kannst du jetzt die Watchlist verknüpfen mit anderen Widgets. Das hier ist jetzt zum Beispiel hier unten blau markiert. Und wenn ihr auf die 1 drückt, beziehungsweise hier unten auf den blauen Button drückt, dann wird das auch blau markiert. Und das Spannende ist jetzt halt, wenn ich jetzt eine der Positionen nehme, die ich gerade spannend fand, nämlich zum Beispiel diese VF Corporation, dann kann ich die jetzt hier einfach suchen und sagen, jo, alles klar, ich hätte jetzt gerne die VF Corporation in meiner Watchlist. Und dann klicke ich da drauf und dann klicke ich jetzt hier in meinen Chart. So, jetzt ist das natürlich ein total langweiliger Chart. Da ist irgendwie so ein EMA drin und noch ein EMA. Ja, gut, damit kann man sich vielleicht schon mal ein ganz gutes Bild machen. Ich würde folgendes vorschlagen. Wir gucken, dass wir jetzt irgendwie so ein bisschen mehr so einen Referenzwert kriegen. Also der EMA, der ist halt immer sehr, sehr responsiv. Das heißt, der zeigt dir das immer so direkt an. Ich würde jetzt folgendes vorschlagen. Wir machen die einfach mal raus und wir fügen stattdessen mal normale gleitende Durchschnitte ein. Und zwar würde ich vorschlagen, wir nehmen uns einmal den 25er, also Simple Moving Average. Das ist so ein gleitender Durchschnitt. Dann nehmen wir einmal den, klickst du einfach da oben drauf, Doppelklick, dann kommt dieses Fenster. Also ich mache das ja den ganzen Tag, deswegen geht das vielleicht jetzt ein bisschen schnell. Aber hier auf dem Ding kannst du das Ganze kopieren. Und so kriegen wir jetzt da dann noch einen 125er, würde ich mal rein sagen. So, genau. Und dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall schon mal das Bild. So, und das ist jetzt gerade VF Corporation. So, was ich auch noch immer gerne mache, ist dort mir vielleicht den Zigzag eintragen zu lassen. Weil ansonsten sehen wir da jetzt ja noch nicht so richtig viel. Und zwar beim Zigzag können wir halt einstellen, wie der das anzeigen soll. Und damit das so ähnlich aussieht wie bei mir in meinen Videos, nehme ich hier immer den 20er, weil da versuche ich ja immer den Tiefpunkt von zu bestimmen. Und hier bei der Darstellung kannst du noch die Farbe der Swings ändern. Also wenn es rauf geht, soll das Ding grün sein. Wenn es runter geht, soll das Ding rot sein. Das ist jetzt nicht das Rot, was ich normalerweise habe, aber geht jetzt ja auch gerade nur so ein bisschen ums Prinzip, damit ihr das einfach mal mitkriegt, wie ihr das hier machen könntet. Und ja, dann haben wir den Prozentsatz nach oben, wir haben den Prozentsatz nach unten. Und dann lassen wir uns mal noch die Prozentwerte anzeigen. So, guck mal. Und jetzt sieht das doch schon so ähnlich aus, wie das bei mir manchmal bei mir in meinen Videos aussieht. Und ja, das würde ich sagen, nutzen wir jetzt einfach mal, um uns irgendwie ein Bild dazu zu machen. So, und das Ganze können wir jetzt als Vorlage speichern. Das nennen wir jetzt einfach Tageschart oder so, weil wir gucken uns die Sachen für das Video einfach nur im Tageschart an. So, und jetzt haben wir schon mal hier ein ganz cooles Chartbild, einfach mit der Standartversion von Stock 3. Und das können wir uns jetzt schon mal anschauen. So, jetzt können wir noch mal gucken. Hier die Kerzen, die sind schwarz-weiß. Das mag ich eigentlich nicht so. Dazu stellen wir die jetzt einfach hier mal auf mehrfarbig. Und steigend hätte ich gerne grün und fallend hätte ich gerne rot. Also schwarz-weiß kann man auch machen, aber das bin ich nicht gewohnt. Und ja, also das müssen wir jetzt noch mal hier als Vorlage abspeichern. Und so haben wir jetzt auf jeden Fall eine ganz gute Voraussetzung, um uns das Ganze hier anzugucken. So, weil das Spannende ist jetzt nämlich, wir können jetzt unsere Liste voll machen. Und das tun wir jetzt einfach mal mit 10 Aktien, würde ich sagen, die jetzt in letzter Zeit bei uns bei den Einstiegssignalen gekommen sind. Und dann gucken wir, versuchen wir doch mal herauszufinden, ob das eine gute Aktie ist oder nicht. So, dann haben wir hier zum Beispiel noch die Flywire Corporation. Ja, keine Ahnung, was Flywire Corporation ist, aber wir packen die jetzt einfach mal da hinzu. Hat auch eine US-I-Sinn, ist also wirklich eine US-Aktie. So, dann haben wir hier noch OI Glass. Die gucke ich mal auch einmal. Glass klingt ja auch so, als wäre das eine US-Aktie. Schauen wir mal rein. Okay, da hat er jetzt das falsch kopiert, aber das ist ja kein Problem. Hier, ja, OIS ist ebenfalls eine US-Aktie. So, dann haben wir hier noch eine Lithium-Aktie. Ich versuche jetzt absichtlich mal so ganz verschiedene Dinge auszuwählen. So, die kommt jetzt aus Kanada. Gilt Kanada noch als US-Aktie? Keine Ahnung. Ist mir jetzt aber persönlich auch egal. Dir wäre das ja wahrscheinlich auch egal, wenn du jetzt nach einer US-Aktie suchst und dann findest du eine coole aus Kanada. Dann würde es ja wahrscheinlich nicht sagen, ja, nee, also die nehme ich jetzt aber nicht. So, dann haben wir hier noch eine. Ascenta Inc. Gucken wir uns auch die einfach mal an. So, jetzt gehen wir mal so ein bisschen durch den Tag durch und gucken mal, ob wir nicht auch noch irgendwie eine richtig coole US-Aktie finden, die jetzt gerade vielleicht günstig ist. So, kannst du einfach mal mitschauen. Ja, also ich will ja, dass das jetzt wirklich so ist, wie du das halt auch machen könntest. Ist dadurch jetzt ein bisschen ein langsameres Video, aber ist ja vielleicht auch mal ganz cool. So, schauen wir mal weiter. Da ist wieder VF Corporation. Das ist übrigens ganz interessant. Also das ist jetzt hier 19.35 Uhr, ja. Das heißt, um 19 Uhr, weiß ich nicht, 43 oder sowas, wurde das dann rumgeschickt. Nee, hier 36 wurde es rumgeschickt, ne. Und von 35 ist jetzt hier das Bild gewesen und die Auswertung, die ist dann irgendwie so. Der Computer, der braucht immer so 20 Minuten, um das auszuwerten. Das dauert richtig lange, ja. Das ist der Grund, warum ich mit diesen Bildern arbeite. Ja, ich habe diesen Computer da stehen, der erzeugt diese Übersicht und schickt mir die dann, damit ich das nicht immer selber machen muss. Und, ja, genau. Also was haben wir hier noch? Dann haben wir hier noch Sarge Therapeutics. Aus dem Biotech-Bereich. Klingt ja auch mal spannend. Und allgemein, der medizinische Bereich ist gerade sehr günstig am Aktienmarkt. Deswegen glaube ich, haben wir eine hohe Chance, dass Option Care Health Incorporation, dass das ein gutes Investment sein könnte. So, gucken wir mal weiter. Oh, guck mal, hier ist richtig viel passiert. Hier, das war 18.35 Uhr. Da gab es irgendwie gerade einen großen Schub am Aktienmarkt. Da haben wir immer noch hier die Sarge Therapeutics. St. Gallen. Signal 3. Das ist eigentlich immer richtig schön. Da suchen wir uns jetzt noch was raus. Hier Polestar. Das ist natürlich China. Das ist USA. Hier haben wir noch Sonic Healthcare. Sonic Healthcare hört sich auch sehr gut an. Vielleicht fragst du dich gerade, warum ich sage, dass der Healthcare-Bereich recht günstig ist. Und auch das könntest du hier in unserem Morgenreport herausfinden. Nämlich hier, siehst du, hier gibt es diesen Bereich Sektoren. Und wenn du im Sektorenbereich mal nachschaust, so, dann hast du jetzt hier diese ganzen verschiedenen Sektoren. Und hier gibt es halt den Bereich Gesundheit. Und wenn du mal schaust, im Gesundheitsbereich ist es gerade so, dass 97 Aktien zu günstig sind. Das ist die Liste, die du hier siehst. 5 Aktien zu teuer sind. Und 536 gibt es insgesamt in dem Sektor. Und wenn du das mal vergleichst mit anderen Sektoren, dann sind das ja ungefähr, ich sage mal, 20% gerade. Während wir hier zum Beispiel ungefähr bei 10% gerade sind. Hier sind wir sogar unter den 10% im Immobilienbereich. Dann haben wir hier Industrie sind wir unter 10%. Bei Kommunikation sind wir ein bisschen über 10%. Aber du siehst, kein Bereich ist momentan so stark abverkauft wie der Gesundheitsbereich. Vielleicht mit Ausnahme hier von den zyklischen Konsumgütern, wo diese ganzen Automobilbauern, die Luxusmarken und so, die sind halt gerade recht günstig. Also wenn du hier mal in die Liste reinschaust, fällt das auf. Wir haben einmal, auf der einen Seite haben wir sowas wie Nike und Kering. Das ist ja hier Gucci. Das heißt, viele von diesen ganzen Luxus- und Klamottenmarken, also Bewberry, Swatch Group, das sind alles diese ganzen Luxussachen. Und dazu haben wir noch die Autos. Das sind so die beiden großen Bereiche, die bei den zyklischen Konsumgütern gerade günstig sind. Und hier im Gesundheitsbereich sind es halt andere Aktien, wie CVS Health, Sartorius und so weiter und so fort. So, damit das Video nicht zu lang wird, beschränken wir uns jetzt, glaube ich, mal auf diese 8 Aktien. Und ich glaube, du hast auch verstanden, wie du das machst. Du gehst die Listen durch und kopierst dir einfach die Namen raus und dann gucken wir mal. So, jetzt müssen wir uns das Ganze ja irgendwie analysieren. Jetzt haben wir schon den Chart. Wir haben aber noch keine Informationen zu dem Unternehmen. Dazu machen wir jetzt folgendes. Also, wir gehen einfach hier auf so einen Namen und sagen, ja, okay, wir wollen jetzt hier ins Instrumentenprofil gehen. Und ja, das müssen wir uns jetzt auch noch hier irgendwo hinpacken. Also, das ist das Schöne hier auf der Website, bei Stock 3. Du kannst dir das alles so zusammenbauen, wie du das gerne hättest. Und ja, das tun wir jetzt auch. Das heißt, wir machen jetzt einfach alles weg, was wir nicht haben wollen. Und hier haben wir jetzt einmal so die Übersicht. So, da gibt es zwei Darstellungen. Es gibt die Basic-Darstellung und es gibt die Advanced-Darstellung. Die Advanced-Darstellung ist das, was du auch immer bei mir im Investment-Club siehst. Ja, also das habe ich immer bei mir drauf. Jetzt sehen wir hier, wir haben nicht so alle Informationen leider. Also, Kursumsatz, Kursbuchwert und so fehlt uns zum Beispiel. Aber das KGV, das haben wir zum Beispiel eingetragen hier bei Ascenta und auch im Vergleich zum Markt und zur Branche. Das heißt, wir finden hier schon relativ viele Informationen, auch in der Basisversion. So, jetzt wollen wir ja noch Fundamentaldaten haben. Das heißt, hier wieder Rechtsklick drauf, Fundamentaldaten. Und dann nehmen wir folgendes. Es gibt hier die Bilanz, es gibt GUV und so weiter. Und es gibt die Fundamentalscharts. Lass uns mal schauen, was passiert, wenn wir auf Bilanz drücken. So, dann kriegen wir jetzt hier diese Übersicht, wie momentan die Bilanz ist und so. Und ehrlich gesagt, so richtig gut gebrauchen kann man diese Übersicht hier noch nicht. Aber wir können zum Beispiel da draufklicken. Und dann kriegen wir zum Beispiel das Gesamtanlagevermögen. Ja, und dann sehen wir halt zum Beispiel hier, wie jetzt die Größe des Unternehmens sich entwickelt hat. Also, das ist zum Beispiel schon mal ganz schön. Wir können auch jetzt hier noch andere Dinge hinzufügen. Und genau das machen wir. Also, das sind diese Fundamentalscharts, die du auch immer bei mir in den Videos siehst, wobei ich immer nur die Chartdarstellung eigentlich euch zeige. Dann lass uns doch mal gucken, was wir jetzt alles hier so finden können, was wir uns dort eintragen lassen können, um so ein ähnliches Bild zu kriegen, wie ich das immer so habe. Also, wir haben die Unternehmenskennzahlen. Da können wir, glaube ich, eher nichts draus gebrauchen. Dann haben wir die Leistungskennzahlen. Das ist so Marge und sowas, Umsatz je Mitarbeiter. Das ist zwar auch alles ganz interessant, aber ich glaube nicht, dass wir das wirklich brauchen. Dann haben wir die Kapitalflussrechnung. Das ist so Abschreibung, Bar-Dividende und so weiter. Also, ja, nicht so richtig spannend, ehrlich gesagt. Dann kommt jetzt aber der Bereich Gewinn- und Verlustrechnung. Und da dürfte es jetzt langsam spannend werden. Da können wir jetzt nämlich uns einzeichnen lassen. Zum Beispiel das EBIT. Und dann haben wir das schon mal hier drin. Dann gehen wir wieder zu Kapital- und Verlustrechnung. Können wir mal weiter schauen, was wir noch so alles haben. Hier sind noch ein paar Sachen, sind grau. Die werde ich sicherlich nicht da reinbekommen, einfach weil ich nicht die richtige Version habe. Aber zum Beispiel den Umsatz kriege ich auch noch rein. Ja, perfekt. Sehr gut. Also, so sehen wir jetzt, so nach und nach kriegen wir so ein paar Dinge da rein. Damit haben wir jetzt eigentlich schon mit das Wichtigste. Eigenkapital wäre sicherlich noch ganz interessant. Das dürfte bei der Bilanz sein. Hier Eigenkapital. Ach, guck mal, das kriegen wir auch rein in der Standard-Version. Das ist ja ziemlich cool. Und das Letzte, was mir jetzt eigentlich noch fehlt, ist die Marktkapitalisierung. So, das heißt, wir gucken jetzt einfach mal. Ich habe gesehen, man kann auch einfach suchen. Wir nehmen noch die historische Marktkapitalisierung. Das ist nämlich der Preis aller Aktien zusammen. Und jetzt sieht der Chart schon so ungefähr so aus, wie ich das bei mir habe. Und was uns jetzt noch fehlt, ist, würde ich sagen, nur eine Y-Achse verwenden. Weil sonst ist das so ein Durcheinander. Dann versuch der einfach die Charts alle anzuzeigen, aber du siehst nicht, wie groß die in Relation sind. Und das Ding ist jetzt ungefähr das, was ich mir auch immer in meinen Videos angucke. Also damit kann ich gleich auf jeden Fall gut arbeiten. Jetzt verknüpfen wir das auch wieder hier mit dem Ersten. Ja, so zack, zack. Also du siehst schon, wir sind jetzt gerade dabei. Es ist so ein bisschen mehr ein Tutorial hier für Stock 3. Aber ich will ja wirklich, dass du das quasi genau so nachmachen kannst, wenn du dann jetzt bei uns in der Betreuung bist. Und dann gucken wir einfach mal. So, pass auf. Das ist jetzt auf jeden Fall schon mal ein ziemlich cooler Desktop. Und wenn du das nicht mal jedes Mal selber machen willst, dann könntest du jetzt hier den Desktop speichern. Zum Beispiel USA. So, das Limit an speicherbaren Desktops ist jetzt erreicht. So, das ist jetzt der Punkt, wo du nicht weiterkommst mit der kostenlosen Version. Wenn du das jetzt nicht jedes Mal neu einstellen willst, dann brauchst du, glaube ich, die Version für 9,99 Euro. Also pro Monat kostet das dann. Also das wäre jetzt halt so der Nachteil an der Stelle. Musst du dir dann halt überlegen, ist mir das 9,99 Euro wert, dass ich das nicht jedes Mal neu machen muss, sondern dass ich immer direkt auf diese Seite zugreifen kann. Ich bin der Meinung, dass es das wert ist, aber das musst du natürlich für dich entscheiden. Aber du hast gesehen, so lange hat das jetzt auch nicht gedauert, das einmal einzurichten. Also du könntest das auch mit der kostenlosen Version machen. So, dann lass uns jetzt doch einfach mal schauen. Also, es geht los mit Ascenta Incorporation. Ja, dann lass uns jetzt mal starten. Es geht los mit Ascenta Incorporation. Und ich sehe gerade, der hat die Vorlage jetzt leider doch nicht gefressen. Das hat also nicht funktioniert. Das ist ja ein bisschen ärgerlich. Dann nehme ich jetzt doch hier die Standardvorlage mit dem EMA einfach. Ja, also damit die Vorlagen speichern kannst, brauchst du anscheinend auch die Pro-Version. Du könntest dir allerdings bei dem Chart dann einfach aushelfen und zum Beispiel mit Yahoo Finance arbeiten oder sowas. Da kannst du dann halt auch deine Indikatoren einstellen. Ist dann nicht ganz so komfortabel. Oder du kaufst ja diese 9,99 Euro Version. So, dann gucken wir mal einmal rein. Ich würde folgendes vorschlagen. Wir machen einfach hier als Ansicht, ja, wir nehmen den Tagesschart und gucken uns das Ganze auf zwei Jahre an. So, dann schauen wir mal rein. Also, Ascenta, was können wir hier gerade sehen? Wir haben ja auf jeden Fall einen Aufwärtstrend irgendwie, den wir hier gerade, denke ich, erkennen können. Also, von hier unten nach da oben geht es irgendwie hoch. Ja, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt. Das kann ja nicht sein, dass wir unsere Charts nicht so hinkriegen, wie wir das haben wollen. Wir können hier Favoriten erstellen, ja. Also, ich habe jetzt diesen Zigzag nochmal neu erstellt und wenn ihr hier auf diesen Haken drauf drückt, Zigzag, bums, dann speichert der das als Favorit ab. Und so habe ich das jetzt auch mal hier mit dem SMA gemacht, ja. Also, dieser SMA 25, den ich da drin haben wollte. Du kannst jetzt natürlich überlegen, was sind all diese Dinge, die du jetzt in so einem Chart brauchst und wie stellst du die ein und wie du das alles machst und was meiner Meinung nach in so einen Chart alles rein muss und so. Das findest du natürlich bei uns in der Ausbildung. Aber so vom Grundprinzip her kannst du das so auf jeden Fall machen. Das heißt, du kannst jetzt hier zum Beispiel, machen wir noch den 125er rein und dann können wir den halt auch abspeichern. Den nennen wir dann SMA 125 praktischerweise. Und das Coole ist dann halt, dass du jetzt hier oben zum Beispiel hier den SMA, das ist der 25er, das ist der 125er und so kriege ich die jetzt da gleich alle schnell wieder eingeblendet. So, das, was ich jetzt hier erkennen kann oder das, worauf ich jetzt hier an deiner Stelle einfach einmal gucken würde, ist halt, hey, wo sind wir denn gerade? Ja, also wir sind gerade auf jeden Fall hier in so einer Abwärtstrendbewegung bei Essentia. Wir sehen auch, dass wir hier in so einem langfristigen Aufwärtstrend sind. Ja, hier hast du zum Beispiel auch Trendlinien. Auch die kannst du dir hier wieder als Standard hier einzeichnen. So, zack, zack. So, hier sehen wir das, ne? Wir sind hier in so einem langfristigen Aufwärtstrend, haben jetzt hier irgendwie so ein bisschen so was wie so einen Rücksetzer oder so. Ja, also so eine richtig schöne Formation oder so, was sieht man da jetzt, glaube ich, nicht. Man könnte vielleicht sagen, wenn man das so ganz grob betrachtet, irgendwie so schräg geht es da rauf gerade, ja? So, und das ist jetzt irgendwie so ein Rücksetzer und wir müssen uns jetzt halt überlegen, hey, wie teuer oder günstig ist die Aktie denn gerade? Dazu gucken wir jetzt einmal kurz hier in unserem Gesamtüberblick, wie groß unsere Marktkapitalisierung jetzt gerade aktuell ist. Die ist bei 2,75 Milliarden. Dann gehen wir zurück hier zu unserer Unternehmensgröße. So, und wenn wir uns das Ganze anschauen, dann können wir jetzt hier halt ganz schön schauen, also jetzt zum Beispiel Umsatz liegt bei 665 Millionen. Die Marktkapitalisierung liegt dementsprechend ungefähr bei dem Fünffachen des Umsatzes aktuell. Und wenn wir uns das mal anschauen, wie das mal so historisch war, also jetzt hier zum Beispiel hatten wir einen Umsatz von 434 Millionen und wir hatten eine Marktkapitalisierung von 900, da waren wir mal beim Faktor 2. Also du siehst, die Aktie ist nach wie vor noch relativ teuer gerade. Wenn wir die Marktkapitalisierung mal rausnehmen, damit wir halt den Rest ein bisschen besser erkennen können, dann sehen wir, dass wir durchaus hier so ein bisschen Wachstum hier so im Gesamtanlagevermögen zum Beispiel haben. Wir haben auch ein bisschen Wachstum im Umsatz, wobei wir hier diesen starken Rücksetzer in 2019 hatten. Ja, so richtig überzeugend tut mich das Ganze nicht. Hier finden wir übrigens auch die Beschreibung, was die überhaupt machen. Also die machen Life Science Solutions, ja, Enabling Impactful Breakthrough, also irgendwie einen starken Durchbruch bei Therapien wollen die irgendwie machen und arbeiten halt für Biotech-Unternehmen, pharmazeutische Unternehmen und so weiter und so fort. Könnte man jetzt natürlich noch viel tiefer reingehen. So, damit haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal einen ganz spannenden Kandidaten. Die Frage ist halt so ein bisschen, hey, lohnt sich das jetzt wirklich da gerade rein zu investieren? Ist das ein signifikanter Ausbruch? Das ist natürlich jetzt eine Wissenschaft für sich. Das ist etwas, was ich jetzt seit 20 Jahren mache. Wenn du dich übrigens für unsere Ausbildung und Betreuung interessierst, wenn du momentan für 3000 Euro einmal ein ganzes Jahr Betreuung kaufen würdest, also wir nehmen normalerweise 250 Euro im Monat dafür, aber wenn du das direkt einmal für ein Jahr dir besorgst, bekommst du unsere Ausbildung kostenlos dazu. Ja, das heißt, du hast dann quasi Ausbildung plus ein Jahr Betreuung durch mich und bist damit sicherlich gut aufgestellt und kriegst dann halt auch all diese Signale und so zugeschickt, die du jetzt gerade hier im Video gesehen hast. So, dann gucken wir uns als nächstes einmal die Flywire an. Flywire haben wir jetzt hier einmal den Chart. Ja, also hier haben wir jetzt diesen relativ starken Ausbruch. Wenn wir da mal drauf gucken, sehen wir, dass das durchaus ganz gut aussieht, was den Tiefpunkt angeht, dann haben wir hier 2,28 Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen aktuell wert ist. An Marktkapitalisierung, wenn wir mal schauen, 2,28 ist auf jeden Fall weniger als hier die Jahresendkurse. Wir können auch sehen, dass wir so ein leichtes Wachstum haben. Das heißt halt, wenn wir jetzt wieder auf einem Tiefpunkt sind von vorher, dann könnte es durchaus sein, dass das gerade ein recht günstiger Fall ist. Jetzt sind wir allerdings hier gerade bei lang und schwarz und das müssen wir auf jeden Fall ändern. Da können wir einen Doppelklick oben auf den Namen machen. Dann gehen wir hier auf den Platz und dann können wir zum Beispiel die Nasdaq auswählen und dann haben wir auch viel mehr Daten. So, und hier siehst du jetzt, dass wir auch ungefähr auf den Tiefpunkten sind, auf den alten. Das heißt, es ist auch gerade eine Größenordnung, wo es durchaus sein könnte, dass das gerade ein ganz gutes Investment ist. Und ja, also das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Gucken wir mal kurz, was die noch machen. Das finden wir jetzt hier, Flywire Corporation Provides a Security Payment Plattform. Ja, also sowas ähnliches wie PayPal anscheinend. Damit denke ich auch ganz interessant. Ja, so viel mehr weiß man da gerade nicht drüber. Jetzt sehen wir noch hier, KGV ist bei 1000. Okay, Dividende, wie sieht das aus? Dividende gibt es bei der Aktie nicht. Okay, dann haben wir hier noch so ein bisschen News zu der Aktie. Okay, also sieht vom Prinzip her auch auf jeden Fall ganz spannend aus. Der Zeitpunkt sieht mir schon ein bisschen zu spät aus eigentlich. Also da ist wahrscheinlich gerade nicht ganz so perfekt. Dann gucken wir mal weiter. Lithium Americas. So, auch hier hat er uns wieder das Ganze zerschossen. Das heißt, wir können jetzt hier oben unseren Zigzag einfügen. Und dann sieht das doch schon mal ganz gut aus. Sehen wir, wir haben ja diese starke Aufwärtsbewegung gehabt. Ja, die wirklich, also historisch einmalig war, wenn man so will. Ja. Und von dort ging es jetzt ziemlich übel runter. Wir haben jetzt hier schon mal einen recht starken Ausbruch gehabt. 90% nach oben, ja. Und das wäre auch was, was wir jetzt hier eventuell demnächst kriegen können. Zoomen wir mal ein bisschen ran. Wie sieht das hier gerade im Chart aus? Jetzt ist das hier wieder schwarz und rot, aber okay. Also schwarz. Jetzt ist das hier wieder schwarz und weiß. Das gefällt mir wieder nicht so richtig, aber okay. Von oben nach unten geht es halt, wenn das Ganze schwarz ist. Beim hellen geht es von unten nach oben. Also ist es einfach nur ein bisschen andersrum. Und wenn wir uns das anschauen, sind wir noch sehr, sehr stark in der Abwärtsbewegung drin bei Americas. Da müsste man jetzt halt genauer reingucken, nochmal, vielleicht nochmal auf Stundenbasis reingucken oder so. Aber vom Prinzip her könnte es durchaus sein, dass das auch ein recht günstiger Zeitpunkt ist. Als nächstes schauen wir uns an OI Glass. OI Glass, auch hier machen wir uns wieder so ein bisschen besseren Überblick. Vielleicht noch ein kleiner Tipp, wenn du das Volumen hier unten raus machst, dann kannst du hier noch einen dritten Indikator reinpacken. Also das ist eine der Beschränkungen von der Basisversion. Und ein kleiner Tipp, worauf du gucken kannst, ist, wie groß, wie weit die beiden auseinander sind hier. Also die beiden gleitenden Durchschnitte. Also ich habe jetzt hier gerade den EMA und den SMA. Welche beiden du nimmst, ist dabei nicht egal. Du kannst das halt so ein bisschen optimieren noch. Also ich habe da halt so meine speziellen. Müsste ich aber auch gerade nachgucken, welche das sind. Habe ich ja abgespeichert. Und ja, du siehst, dass wir jetzt hier gerade einen relativ großen Abstand haben. Und hier, je größer der Abstand ist, desto weiter sind wir wahrscheinlich an dem Tiefpunkt. Und wenn du die richtig einstellst, musst du einfach mal so ein bisschen kalibrieren. Dann kannst du es so machen, dass der Tiefpunkt hier, den du haben willst, ungefähr mit dem größten Abstand zusammenliegt. Und das ist einer der Punkte, die ich mir halt immer ganz gerne angucke. Und hier haben wir jetzt halt auch einen relativ großen Abstand gerade. Wir haben jetzt hier so eine erste Gegenbewegung. Wir sehen, dass wir sowohl hier als auch da eine Gegenbewegung hatten. Also dementsprechend würde ich sagen, OI Glass sieht wirklich gerade ziemlich gut aus. Schauen wir mal, was das ist. OI Glass ist der größte Hersteller von Glasflaschen. Und 70% seines Umsatzes kommen von außerhalb der USA. Das heißt, sie verkaufen weltweit Glasflaschen und sind so der größte Hersteller da. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Meiner Meinung nach, weil es einfach ein cooles Geschäftsmodell ist. Wenn wir jetzt mal reinschauen, wir haben gerade eine Marktkapitalisierung von ungefähr 2 Milliarden. Das können wir jetzt hier sehen. Hier in der Spitze waren wir mal bei 8 Milliarden. Hier im Tiefsten waren wir mal bei 824 Millionen. Wir sehen auch, ein Unternehmen ändert sich nicht so richtig viel. Das heißt, es ist ein sehr konstantes Unternehmen. Dementsprechend kann man das eigentlich einfach kaufen, wenn der Chart gerade günstig ist. Das ist eigentlich ganz schön. Das ist ja ähnlich wie eine BASF oder sowas. Das heißt, wenn wir uns das Ganze jetzt hier im Chart nochmal angucken bei OI Glass, wenn wir einfach nur gucken müssen, sind wir gerade oben oder unten in diesem Chart, weil ansonsten tut sich nicht viel, dann sehen wir, dass es so extreme Low-Punkte gab. Jetzt hier in 2020 oder hier auch nach der Bankenkrise. Aber sowas haben wir jetzt ja gerade eigentlich nicht. Das heißt, hier so diese anderen Tiefpunkte, die so einfach so irgendwie in den Jahren waren, scheinen mir ein ganz guter Referenzwert zu sein. Und für mich wäre OI Glass jetzt gerade durchaus ein sehr spannender Kandidat. Also der größte Hersteller von Glasflaschen zu dem Kurs. Und du siehst halt, wir haben halt durchaus 100% Potenzial. Also das ist für mich jetzt gerade schon ein ganz, ganz heißer Kandidat für die beste US-Aktie. So, machen wir schnell weiter. Also Option Healthcare. Auch die gucken wir uns einmal an. Auch hier hauen wir wieder hier unten das Volumen, würde ich sagen, raus und machen uns den Zigzag rein, um mal zu schauen, wo wir sind. Wenn wir uns das anschauen, sind wir hier in so einem Rücksetzer, aber der geht mir noch nicht weit genug. Und der scheint jetzt auch noch nicht so richtig günstig zu sein. Heißt, die fallen für mich gerade raus. So, nächste Aktie, wieder gucken. Mein Gott, ist das ein Aufwand hier. Aber okay, es geht schon. Also im Vergleich zu dem, was ich gewohnt bin. Eigentlich ist das ja immer noch völlig cool und machbar. Hier sehen wir jetzt, dass wir sehr günstig sind bei Sarge Therapeutics. Aber das sieht schon irgendwie so aus, als hätten die gerade unternehmerisch richtig Probleme. Gucken wir aber mal rein. Wir haben gerade eine Marktkapitalisierung von 708 Millionen. So sieht das Ganze hier aus. Hier haben wir zum Beispiel die Umsätze. Dann hatten wir in gelb haben wir das EBIT. Da sehen wir, okay, die machen richtig Verluste und das jetzt schon seit drei Jahren. Die waren einmal im Profitablen, das war 2020. Da haben sie wahrscheinlich irgendwelche Masken oder so verkauft. Und ja, also für mich kein gutes Investment an der Stelle. So, machen wir weiter. Hier ist Sonic Healthcare. Schauen wir dort einmal rein. Wie sieht das aus? Ja, das sieht vom Chart her doch schon mal ganz interessant aus im Endeffekt. Hier haben wir wieder lang und schwarz. Das ist natürlich wieder Unsinn. Dann gucken wir mal rein, was wir hier kriegen können. Aber da haben wir gar nicht so richtig viel zur Auswahl. Dann nehmen wir wenigstens Frankfurt. Aber Sonic Healthcare, das scheint dann irgendwie eine andere Aktie zu sein. Also keine US-Aktie, wenn wir da jetzt keinen US-Handelsplatz kriegen. Sieht aber auch gerade ganz gut aus. Ist schon irgendwie, ist halt in so einem Aufwärtstrend und in diesem Aufwärtstrend offensichtlich gerade relativ günstig. Schauen wir mal nach, was wir hier so haben. Also hier haben wir auch eine Marktkapitalisierung von 7,24 Milliarden. Aber hier siehst du schon, die kommen aus Australien. Ja, okay. Aber wir haben auf jeden Fall ein schönes Wachstum bei dem Unternehmen. Aber jetzt, weil wir ja eine US-Aktie suchen wollen, können wir jetzt ja keine Sonic Healthcare nehmen. Aber gut, so kann dann halt mal passieren. Ja, also was haben wir hier? Also Pathology-Betreiber nehmen die echt Leichen auseinander. Also die arbeiten in Australien, Deutschland, der Schweiz, in UK, ist der zweitgrößte in Belgien, Neuseeland und so weiter. Verstehe ich das gerade falsch? Pathology-Provider. Ja, komm, dann muss ich jetzt einfach mal nachgucken, was ein Pathology-Provider ist. Ja, also tatsächlich, das scheint wirklich jemand, die scheinen wirklich Leichen zu untersuchen und Todesursachen festzustellen. Ja, okay, muss auch gemacht werden, wusste ich nur nicht, dass es dazu eine Aktie gibt. Sonic Healthcare scheint ein boomendes Business zu sein, ja. Und wahrscheinlich haben sie in 2020, haben sie wahrscheinlich gut Geld verdient, oder? Also Gesamtanlagevermögen, historische. Ja, sie haben auf jeden Fall einen riesen Schub gekriegt durch Corona. Also an sich ein sehr schönes Geschäftsmodell, fliegt jetzt gerade so ein bisschen raus, aber das ist halt das Coole, ne? So lernst du dann halt neue Unternehmen kennen, kriegst da so einen Vorschlag, du schaust es dir einfach mal an und guckst mal, was dabei rumkommt. So, aber Sonic Healthcare fliegt für mich deswegen jetzt raus. Dann haben wir noch die VF Corporation. So, was machen die? Die haben ein Portfolio führender Lifestyle-Marken, wie The North Face und so weiter, okay. Das heißt, das ist halt auch so ein Bekleidungshersteller, damit auch eine der Aktien, die gerade wirklich günstig zu sein scheint, weil das einfach dieses Segment ist, was gerade ziemlich unter die Räder gekommen ist. Mit 4,8 Milliarden Marktkapitalisierung sind wir auch wirklich günstig. Du siehst hier die Marktkapitalisierung über dem Unternehmen hier und normalerweise sind wir halt hier oben drüber gewesen und jetzt sind wir doch tatsächlich hier unter das Gesamtanlagevermögen ungefähr auf die Hälfte gefallen. Also das ist schon ziemlich verrückt. Wir sehen auch, wir machen nach wie vor Gewinne, aber die Gewinne sind nicht sonderlich hoch. Allerdings die Umsätze sind recht konstant, sind jetzt eigentlich wieder auf einem sehr hohen Level mit 11,61 Milliarden. 2024 hatten wir mal 11,88. Und das Verrückte ist halt, hier in 2024 war das Unternehmen 32 Milliarden wert und jetzt sind wir halt noch bei 4 Milliarden. Das heißt, du kriegst eigentlich genau das gleiche Unternehmen wie damals, mit einer bisschen schlechteren Profitabilität und natürlich die Wachstumsstory war halt bis 2014 intakt und jetzt sind wir halt eher so auf einem konstanten Level. Nichtsdestotrotz erscheint mir das gerade sehr, sehr günstig und mit The North Face und so haben sie natürlich auch richtig starke Marken im Portfolio. Ja, damit würde ich sagen, habe ich jetzt definitiv meine beiden Favoriten gefunden. Für mich sind OI Glass, der größte Hersteller von Glasflaschen und VF Corporation mit The North Face und so weiter als Bekleidungsmarke. Die beiden spannendsten Werte, hier vielleicht noch einmal kurz bei VF Corporation, sind wir auch ziemlich genau hier auf dem Tiefpunkt von 2008, 2009. Auch das dürfte eigentlich jetzt nochmal ordentlich Widerstand dazugeben und so hast du jetzt, ich sag mal sogar ohne meine Ausbildung, die du da bei uns noch dazu bekommen würdest, eigentlich eine ziemlich coole Situation und hast, denke ich, einen richtig guten Überblick darüber, welche Aktien du jetzt gerade machen könntest. Also wie lange hat es jetzt gedauert? Ich habe jetzt eine gute Stunde hier Video aufgenommen und habe ja dabei auch noch die Charts eingerichtet. Dann habe ich euch das noch erklärt und alles und habe die Sachen noch rausgesucht und habe jetzt doch zwei coole Aktien gefunden in der Zeit. Und das ist doch eine ziemlich coole Sache. Dementsprechend würde ich jetzt mal sagen, machen wir jetzt hier einfach Schluss. Schreib mal in die Kommentare, welche Aktien du am spannendsten findest und sag doch mal, wie du das Format fandest. Das war jetzt ja so ein bisschen special, aber ich denke, dass es doch eigentlich eine ganz coole Sache ist. Und wenn du dich für unsere Ausbildung interessierst, trag dich erstmal bei fokusinvestor.de ein, komm zu uns im Investmentclub, dann erkläre ich dir einmal, wie das Ganze funktioniert, nachdem du dich eingetragen hast. Das heißt, du kannst dich einfach hier oben einmal kurz eintragen. Wie gesagt, einmal Handynummer und E-Mail, Handynummer für die Signale, weil wir schicken die Hobby-Signale, schicken wir ja raus. Damit kannst du übrigens diesen Prozess auch schon machen, so wie jetzt. Die kriegst du kostenlos, nur du hast da nicht ganz so einen guten Überblick und nicht ganz so perfekte Einstiege wie die, die bei mir in der Betreuung sind. Aber du kriegst es auch schon, denke ich, profitabel hin, das umzusetzen. Und ja, dann hast du hier Name, E-Mail, trägst dich einmal ein und dann kommst du hier auf diese Seite und dann buchst du dir jetzt einfach nochmal hier einen Termin mit mir. Dann mache ich immer so einen kleinen Call, wo ich dir einmal erkläre, wie meine Strategie funktioniert, wie das bei uns alles so läuft, einfach damit du einen guten Start hast. Suchst du dir einfach einen Zeitpunkt aus, wir haben immer morgens, mittags, abends welche an den unterschiedlichen Tagen. Ich hoffe, dass du da auf jeden Fall was findest. Und ja, dann sehen wir uns einfach am Donnerstag im Investmentclub oder im nächsten Video. Mach's gut, ciao.